7,50 Meter Man macht richtig schöne Bilder Bei Google Video kannst du ja mal aus Spaß an der Freude mal Jochen83 ist mein Account Da gibt es ein Hessen-Meisterschafts-Video von Vierer Ohne letztes Jahr Das habe ich bei 52 Meter vorm Ziel aufgenommen Und hab hier also den Start, das ist 1000 Meter ran, hab den Start gefilmt mit diesem digital High-Tech-Zoom Das ist so geil Das ist so geil von der Qualität Und das alles mit so einem Pupsding hier Das ist so geil Das ist so geil Das ist so geil Aber die Mannibor-Resen, die waren schon relativ dünne Kindchen, ne? Das waren keine großen Brocken Das ist so geil Jetzt geht's los Das ist so geil Und sehen wir welche Kiste